Hallo Leute, willkommen zurück zu The Bubbles in CPG. Wir haben in jeder Welt alle Tots gesammelt, letztes Mal. Und sind jetzt in der letzten Welt. Und haben bereits zwei Level komplett vervollständigt. Zeit für Level 3. Und ich habe Angst, denn die Level sind echt schwer geworden hier. Ah! Ah! Ich muss rennen. Nee, weil ich muss weinen und rennen. Ich muss fliehen von dem Bondage-Geist an. Schnell. Ob das war nicht tief genug, okay. Ah! Okay, da haben sie auch gut. Huh! Das war fast schon gruselig. Ich habe schon mal Bomben, das ist gut. Irgendwas macht er extrem mit dem Lärm. Ich weiß nicht. Irgendwas webt und so extrem hart. Das sind nicht die Dinger, oder? Was sind die Dinger? Nee. Aber, aber. Das können die Bobben sein, vielleicht in dem Sinne. Ah, nee, das sind die da. Ich habe sie gesehen. Was sind die Bumps da oben? So sehen. Die Steinblöcke. Au! Das war gemein. Aber das ist eine fiese Plattform mit den Stacheln. Die ist echt immer eine Plattform. Die ist richtig fies. Ich bin sicher, die fühlt mich gerade ans Ziel, wo ich auch nicht hin möchte. Aktuell, ich möchte das immer zurücklaufen. Weil ich... Ich bin mir sehr sicher, dass da oben ein Pilz ist. Ja, ein Toad ist. Ich wollte sagen. Da oben ist bestimmt ein Toad. Das liegt mir zu... Nicht geplant aus, da nicht hinzugehen. Warte, was? Aber ich stimme mal fast einen Satz. Oh, juckt mich jetzt. Ah, jetzt gleich. Oh, nein, der Gleiter. Oh, mein Albtraum. Mein größter Albtraum ganzes Spiel. Die Gleiter-Level. Schrecklich. Ich krieg's nie hängig zu landen. Oh, geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin richtig gelandet. Äh, danke. Yay, du hast's geschafft. Ja, schon tot. Die Tür für bestimmt zurück. Zu dem Anfang des... Das... Der Bahn. Der Gleitbahn. Da sind meistens mal Türen, die zurückgeführt haben. Ich wusste es. Au. So. Pardon? Ach, schwerfleich. Okay. Diese Eisenkurse-Kugel hier. Wir müssen damit voller Woch gegenlaufen. Oh. Wisst ihr, was heißt? Nein? Perfekt. Das heißt, das hier. Und wir zurücklaufen, um Energie zu holen. Danke. Einmal noch. Ich habe eine Idee, was ich machen muss. Hier rein, hol mir den ersten und geh wieder raus. Ja. So. Jetzt rück ich mir den wieder. Und schmeißen dahin. Das erste. Perfekt. Jetzt ist das stehen geblieben. Ah! Ich habe nicht gedacht, dass er wieder rauskommt. Ich bin ehrlich. Cool, ich habe gerade eine Pit4... Ich nehme immer mit. Was hast du denn? Ich nehme nicht mit. Du bist mein neuer Freund. Mein kleiner, 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 kleiner Freund. Der ist beste Freunde. Ah! Starre Freund! Na gut. Dann sind wir keine Freunde mehr. Ja. So, einfach hier das. Freundschaft ist gekündigt. Gefahr voraus. Du möchtest mich das weitergehen? Weißt du? Ich dachte, okay. Die Startung, ja. Die kennen wir schon. Die waren immer lustig. Was jetzt? Ach, wieder. Wieder so landen. Ich glaube, er springt... Ja, ich muss gerade sagen, er springt da nicht auf mich drauf, gerade. Ja, die sind ganz cool, weil... Wir müssen genau das nachmachen, was die Startung auch machen. Das heißt, jetzt gerade ducken sie sich, also müssen sie uns auch ducken. Wenn wir es nicht tun, werden wir in seinen Mund eingesogen. Werden wir es bestimmt mal sehen, weil ich das eigentlich nicht am ersten Mal schaffe, normalerweise. Ah, vielleicht ist es mal schon. Oh! Oh, knapp. Okay, das ist doch nicht gesehen. Ich will es mal licht machen, bitte. Danke. Ich mag, dass alle Powers benutzt werden. Oh, warte. Wie noch die Freudenpower. Oh, natürlich. Oh, okay. Geht wieder. Ich will das schon testen, ob ich das Mikrofon gebe, bevor ich losgehe. Du, du. Ich meine, es geht. Au. Aber es ist nicht immer. Da bin ich wieder oben hin. Danke. Das Leben. Ah, ich vergaß das. Ah. Ich vergaß das nicht geht bei denen. Das Problem. Ziel. Ich muss sich direkt heilen, wenn es mich ankommt. Direkt heilen. Die für zurück am Anfang, das weiß ich noch. Gut. Wo gehst du? Ich lande doch. Ich würde sagen, da kann man landen. Nee, gut. Hier könnte ich jetzt hoch. Ist ja eine Frage. Ich muss euch zurückgehen, ne? Ja. Zurück und dann auf der Plattform landen. Wieder hochkommen. So. Und da muss gleich weinen und laufen. Denn die Blau-Klappe-Form heißt, ich muss zu weinen. Sonst fangen wir runter. Was natürlich super ist. Nein. Warte, bevor ich alles verliere. Ach Gott, muss ich natürlich time alles. Nein, Falsch-Schwierigkeit. Ah. Falsch-Schwierigkeit. Nee, ich möchte... So, wartet. Nein. Kann ich vielleicht... Oh. Nein. Okay, ich warte. Aber ich könnte es, ich könnte es, ich könnte es. Okay, ich könnte es aber. So ein bisschen mal. Okay. Yes. Yes. Uh. Da fühlt man sich ein bisschen gut. Und das zu schaffen, fühlt sich gut an. Gut. So, bei allen Toads. Und wir können das wieder wenden. Ich habe keine Idee mehr. Oh, ich muss euch da hinführen. Das war die Sache, ne? Komm her. Ja. Ich muss jetzt darüber. Kommst du her? Ja. Gut. Komm. Danke. Und komm ich an. Okay. Tür ist auf. Ich kann gehen. Nächstes Level ist... Nicht. Noch nicht das. Ich habe das für. Ich brauche das Ding nicht. Warte was? Nein. Ich habe anscheinend was vergessen. Aber ich weiß nicht was. Von daher lassen wir es erstmal liegen. Und gehen weiter. Was noch fehlt, kann ich später nachholen. Ab zu Bowsers Village. 4. Nicht 3. 4. Nein. Wir fahren wieder. Oh, mit Feuer diesmal. Woo. Wir erleben Feuer. Au. Au. Das ist brutal. Das zu time ist nicht einfach. Wollen wir die auch so schnell wieder ausbringen? Die bleiben nicht erst 5 Sekunden drin. Die springen sofort wieder aus. Okay. War doch nicht so schlimm. Und falls ihr wisst, ich muss die ganze Zeit pusten, damit das funktioniert. Falls ihr jetzt... Falls ihr die Geräusche hört, dann ist das mein Geblase. Gepustet. Ist doch irgendwas. Nö, nur Schmerz. Okay. Wir gehen nochmal. Tschüss, Schmerz. Was sind das für Dinger? Was... Was seid ihr? What? Was zum Geier seid ihr, wenn ich fragen darf? Dann darf ich fragen. Das ist die andere Frage wiederum. Weil ich würde eigentlich sehr gerne wissen, was ihr seid. Jetzt passt. Oh, toll. Komm, lass den rein. Passt nicht so richtig in das Universum, wo ich hab bin. Okay, die drehen sich auch nur um wieder. Geh ich mal da rein. Oder auch nicht. Er muss doch. Nee. Geh jetzt mal hier hin. Ich drehe das normal. Der muss ja hier rein. Der muss ich ja von der Seite das machen. Dann kommen wir da draufstehen. Es kann sein, warte. Ich muss doch geistern weg. Danke. Oh ja, diesen Geist. Der Geist ist schrecklich. Der ist auch gnadenlos bei der Verfolgung, ne? Der ist auch komplett gnadenlos. Der hat kein Respekt vorgarten. Aber warum hat er die ganze Zeit auch so machen? Einfach. Hä? Äh? Ich hab grad nicht die Idee, was mein Plan war. Ich hab das waren können die ganze Zeit. Anscheinend wollte ich das nicht, weil... Äh. Ich hab bestimmte Gründe. Wann's gute Gründe? Wahrscheinlich. Das waren Gründe. Au. Da jetzt sind... So vielleicht... Frage gestellt und Frage beantwortet. In Einsatz. Typisch. Die Energie. Au. 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 Magi, wie schnell seid. Nicht... Nicht schön. Au. 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 Da muss ich darunter. Da ist auch ein Fragezeichen. Ich werde es hier rausfinden, weil ich vorwärts bin. Oh Gott, wartet. Heid. Ein bisschen Zeit zu schütteln. Wo ich ko gehe. So. Okay. So ist auch. Danke. Jetzt muss ich warten, bis die Plattform zurückkommt. Das ist wichtig. Nicht springen. Ich muss warten. Ich darf schon springen. Ich darf nicht schnell springen. Hier ist Geld. Jo. Jo, hier ist Geld, ne? So. Den Ausgang. Ja. Okay. Weil ich auch 100% schon ein toll übersehen. Ja. Ich bin mit zwei sogar nicht übersehen. Toll. Wird besser hier. Wird ja immer besser. Dann suchen wir mal zwei Toads. Dann suchen wir mal zwei Toads in dem Level. Wann reagiert Peach auf irgendwelche Secrets? Jetzt, das müssen wir so legen. Weil das wird uns verraten, wo wir... Okay, das machen wir schon mal nicht. Um kurz zu wissen. Das lassen wir schon mal. Ich bin überrascht, dass ich noch keine Zitoten einen der Wasserlecker versteckt habe. Das wäre ich offensichtlich, das zu machen. Wahrscheinlich bin ich nicht kreativ. Deswegen würde ich das tun. Na gut. Das ist fair. Liebes manchmal, dass man nie reagiert. Das sieht schwieriger aus als oben. Fehlt bei uns nichts. Okay, hier ist nichts. Alles klar. Hier ist rein gar nichts versteckt gewesen. Hier war auch nichts versteckt. Aber ich kann den Weiterlauf. Warte, hier ist was. Oh Gott. Sind das Raketen? Was soll das denn darstellen? Sind das einfach Raketen, die auf die Auge zu fliegen? Wenn ja, the fuck. Warum? Warum tun die das? Oh, oh. Oh, oh Gott. Das sind Selbstzerstörungsraketen. Anscheinend. Diesen Buhu. Yay. Wir lieben den großen Buhu. Ganz kaum warten, ihn noch mal zu begegnen. Also jetzt. Gleich. Ich runter muss. Ah, da muss ich hier anfangen. Ich muss hier anfangen, ja. Da habe ich Powers. Das Spiel gibt sie mir, also nutze ich sie auch. Und hier rüber. Das wird auf jeden Fall tot. Das muss deinem Tod führen. Okay. Ah. Warte. Das hätte ich sehen können. Da war ich doch auch. Ah, wie peinlich. Nächster. Ist das der Anfang? Nee, ist das schwieriger, oder? Ja, es ist sehr viel schwieriger. Oh, ja. Oh, die ist sehr, sehr viel schwieriger. Okay. Neubahn. Heißer Ballon. Mein besser hier. Was steht da drunter? Wahrscheinlich, wie ich die kontrolliere. Ja, okay. Das haben wir schon gehabt. Ich bin nicht blöd. Gut, dann mal gucken, wie wir ruhigen müssen. Die Mütze ist folgender was. Und bloß nicht leer werden von der IG her. Okay. Oh, tot 3. Na gut. Dann haben wir es auch geschafft. Oh, hier sind wir. Was habe ich gesehen? Also ich habe den Tod gesehen. Auf dem Weg hierüber. Ja. Das muss jetzt der letzte Raum sein, ne? Ah, der letzte Raum. Heulen, wie überwertet. Klingt sehr gesund. Ah, ja. Oh. Ah, ich habe zwei hier. Oh Gott. Das war schon mal. Cool. Dann haben wir ja bei Level recht schnell gelöst eigentlich sogar. 18 Minuten für zwei Level ist eine gute Zeit in dem Spiel. Mit allen Toads. Das kann sich wohl sehen lassen. Ein Part noch, dann kommt der Endboss. Und danach mal gucken, was noch so alles passiert. Ich bin gespannt. Und ich hoffe ihr auch. Dann bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020